Moin Moin, heute mal wieder aus der Werkstatt. Bestes Wetter heute, wirklich Hammer. Heute geht es wieder um unseren Skoda Octavia und zwar haben wir da vorne rechts ein defektes Radlager und da haben wir hier so eine Narbe und Radlager drin und die wollen wir jetzt erneuern. Alles weitere zeige ich euch nach dem Intro. Ja, als allererstes Fahrzeug aufbocken, Reifen demontieren. Dann Motorhaube aufmachen und dann geht es weiter. Aufgebockt, Rad amontiert, Motorhaube auf, obwohl die brauche ich wahrscheinlich gar nicht auf. Naja gut. So, jetzt habe ich schon mal mit einer 32er oder 24er viel Zahnnuss die Mutter von der, die Schraube von der Antriebswelle gelöst, lege ich die beiseite. Jetzt werde ich hier Bremssattel und Bremssattelhalter wahrscheinlich, obwohl die Bremssattelhalter brauche ich glaube ich gar nicht demontieren, Bremssattel auf jeden Fall abmontieren, falls ihr dort wissen wollt, wie das geht. Ich habe ein Video, wo ich auch mal die Bremsen vorne wechsle. Ich denke mal, ich verlinke das hier und dann könnt ihr euch das da detailliert angucken. Ich baue das jetzt erstmal ab. Beim Schnellformat möchte ich euch das auch noch eben zeigen. Ich löse hier oben und hier unten die 7er Imbus oder mit dem 7er Imbus die Schraube ab, vorher die Staubkappen entfernt und werde jetzt die beiden Schrauben rausdrehen und dann kann ich den Bremssattel, ziehe ich den ein bisschen her, damit der Kolben klein ein bisschen zurückgedrückt wird und dann kann ich den so abnehmen. Dann habe ich den Bremssattel so nach vorne gezogen. Jetzt müssen wir hier noch den Clips lösen. Dafür mache ich das erstmal ein bisschen sauber und dann gehe ich da gleich mal mit der Zange bei. So, ich habe das mit der Zange nach oben rausgezogen und jetzt können wir die Leitung dort raushaken. Aufpassen, dass nicht so viel Belastung auf der Bremsleitung liegt und die können wir dann hier nach unten legen. So, dann haben wir den schon mal los. Als nächstes müssen wir hier, da ist jetzt gerade kein Licht, den Anschluss für den ABS-Sensor lösen. Dann werde ich gleich hier den Stecker lösen. Das ist ein Stecker, wenn man das so sehen kann, ist ein bisschen dunkel. Eigentlich hätte ich jetzt mal ein Licht holen sollen. Ich hole mal Licht und dann sehen wir das ein bisschen besser. Jetzt kann man das besser sehen. Da ist der Stecker, den lösen wir jetzt gleich und dann ziehen wir den eben ab. Und das gleiche ist hier oben, da werden wir den noch von dem Blech lösen und dann haben wir den auch vom Achsschenkel getrennt. Nachdem wir die Verriegelung gelöst haben, können wir den noch oben abziehen und den hier können wir einfach so rausziehen. Der ist einfach nur reingesteckt in das Blech. So, legen wir den beiseite, dann haben wir das auch schon mal ab. Dann habe ich jetzt hier schon mal ein bisschen Kriechöl rein, damit wir das nachher lösen können. Als nächstes will ich hier mal eben die Koppelstange lösen, obwohl die brauche ich eigentlich gar nicht. Ich werde mir gerade so einig lassen, ich versuche ja das Bein drin zu lassen, also brauche ich nicht die Koppelstange lösen. Ich werde nur hier den Spurstangenkopf eben lösen mit der 18er Nuss und die Spurstange mal eben aus dem Achsschenkel rausdrücken. So, gelöst habe ich die. Die ist natürlich hier noch konisch oder ist hier noch ein bisschen fest. Die kann man jetzt nicht so raus. So wie ihr die raus haben wollt, dreht die Schraube drauf und dann könnt ihr es entweder mit einem Abzieher machen, dass ihr den rausdrückt oder ihr haut hier unten mit einem Hammer drauf. Wichtig ist die Mutter drauf zu drehen, weil nicht, dass ihr die Stange, wo die Gewindestange vergießt, knadelt beim draufhauen. Dann kriegt ihr die Mutter nämlich nicht wieder drauf. So, und dann habe ich die auch raus. Und jetzt drehe ich die Mutter komplett ab und dann kann ich die Spurstange dort aus dem Halter nehmen. So, jetzt haben wir sie raus, genau. Ein bisschen Bewegung ist da ja schon drauf. Ja, jetzt wollen wir noch eben kurz den Halter lösen. Ich weiß noch gar nicht, ob ich das muss, aber den löse ich mal eben mit einer 10er Stecknuss. Und dann habe ich gleich ein bisschen mehr Fläche. Okay, gucken wir mal. Der Halter ist jetzt auch los und als nächstes werden wir hier die Schraube losdrehen und hier die Mutter lösen, damit wir die Schraube rauskriegen. Dafür habe ich hier mir ein Spezial-Vielzahn besorgt und da gehen wir jetzt immer in den Ball. Die Schraube habe ich raus. Ich lasse hier immer noch so ein bisschen Kriechöl rein. Als nächstes löse ich jetzt hier die unteren drei mit einer 16er, die drei. Kann man die so sehen? Moment. So, Moment. So, da. Die drei hier. Eins, zwei und drei. Und dann habe ich den Axträger vom Querlenker gelöst, vom unteren Horn. Dann muss ich den Axträger vom Stoß einfach nach unten wegziehen. Vorher werde ich aber wohl die Antriebswelle noch beisatte legen. Also, erstmal unten die drei Schrauben lösen. Die drei Schrauben sind los und jetzt kann ich hier den einfach, das geht leider nicht mit einer Hand, aber ich drücke den gleich nach unten und ziehe den so ein bisschen nach vorne und dann habe ich den quasi vom Querlenker gelockert bzw. rausgedrückt. Das geht aber nicht mit einer Hand, leider Gottes. So, den habe ich jetzt rausgehöbelt, ein bisschen mit dem Montiereisen. Und die Antriebswelle kannst du dann ja so rausziehen, kein Problem. Ja, jetzt klopfe ich hier so ein bisschen drauf, damit der Axtschenkel sich vom Stoßlampfer löst. So, der ist runter. So ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, muss ich nachher nochmal sauber machen, wenn ich ihn wieder rein haben will. Und da liegt der Axtschenkel. Ja, das müssen wir nachher auch eben alles sauber machen, weil das sind so Rostspäne, die bei der Montage nachher oder im Betrieb nachher die Manschette aufschleifen können und das wollen wir ja nun auch nicht. Ja, jetzt wollen wir mal eben kurz die Bremsscheibe lösen, weil die brauchen wir ja noch. Dafür drehe ich den gleich mal eben um und werde nur mal eben kurz die eine Torx-Schraube lösen. Dann kann ich die Bremsscheibe so nach vorne wegnehmen. So, umgedreht, den gehe ich hier mit einem 30er Torx bei und löse mal die Halfterung oder die Schraube von der Bremsscheibe, lege die beiseite und eigentlich sollte man die Scheibe so abnehmen können. Genau, das machen wir auch, legen die mal beiseite und da ist die alte Rattnarbe. Das ist die neue. Jetzt müssen wir die nur noch aus dem Axtschenkel rauskriegen. Dafür drehen wir den wieder um. Ein paar Kriegölaktionen später lösen wir jetzt diese drei Schrauben hier und zwar mit einem 12er Tiltzahn. So, die werden jetzt rausgedreht einmal komplett und dann wieder zwei Gewindegänge reingedreht. So, ich habe die komplett rausgedreht und sieben Umdrehungen wieder reingedreht oder sieben halbe Umdrehungen wieder reingedreht und jetzt wird hier drauf Druck ausgeübt, dass das Lager aus der Halterung nach vorne rauskommt. Und ich mache das mit Hammer und mit einer Verlängerung, dass ich hier drauf komme, dass ich mit dem Hammer da drauf schlage und dann geht das Radlager, löst sich dann von dem Halter. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht oder ein bisschen gemacht. Man sieht, da ist auch schon ein kleiner Schlitz und wie gesagt, ich klopfe hier noch ein paar Mal drauf und dann ist irgendwann das Radlager raus. Nun habe ich die rausgedrückt. Ich weiß gar nicht, kann man das sehen. Und da ist es so gut wie raus, das Lager. Ich löse jetzt hier nochmal die letzten Schrauben, die drei Schrauben, damit das Lager nicht mehr festsitzt. Jetzt wollen wir hier noch die Anlagefläche ein bisschen reinigen und dann setzen wir das neue Lager wieder ein. Bei dem neuen Lager sind übrigens neue Schrauben mit dabei, das ist extra dafür vorgesehen, dass man die Schrauben so misshandeln kann. Nachdem ich dann die Anlageflächen gereinigt habe, habe ich das neue Lager schon mal eingesetzt und vorsichtig die Schrauben per Hand reingezogen. Und jetzt werde ich die gleichmäßig reinziehen, das Lager. Also nicht eine voll festziehen, sondern Stückchen für Stückchen immer abwechseln, damit das gleichmäßig angezogen wird und wieder genau in die Halterung passt. Jetzt ist es wieder fest. Ich habe auch die Schrauben mittlerweile dann zum Schluss nochmal alle mit Drehmoment festgezogen. Und jetzt sitzt die neue Narbe wieder auf dem Achsträger. So, jetzt werden wir den Achsträger auf den Stoßdämpfer setzen. Dafür reinige ich hier auch nochmal die Anlagefläche und hier noch ein bisschen und wir noch ein bisschen Klischöl dort rein, damit das leichter drauf geht. Und dann wollen wir das dort auch mal wieder positionieren. Also ich bin jetzt wieder dabei. Wichtig ist immer darauf achten, dass das hier in den Schlitz reingeht und der muss so weit runter, dass er das Loch unten wieder freigibt. Das heißt, die oberkante muss hier unten verschwinden. Dann ist der Achsschenkel weit genug auf dem Stoßdämpfer. So, fast geschafft. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier war ein bisschen Licht da. Also wir kommen der Sache näher. Muss noch ein bisschen höher. Und hier sieht man noch, dass da oben hin war der Person noch ein bisschen drauf. So, nun ist es wieder soweit. Ich habe die Schraube hier schon durch. Mutter drauf gesetzt. Jetzt wollen wir als nächstes die Antriebswelle wieder einsetzen. Und die drei zacken in den unteren Querlenker von oben. Dafür drücken wir die dann einfach runter. Und stecken die von oben rein. So, vor der Montage habe ich natürlich nochmal den Dreck von der Manschette von der Antriebswelle runter gemacht. Und es empfiehlt sich, erst die Antriebswelle reinzustecken. Kurz die Schraube per Hand, dass sie nicht wieder rausrutschen kann. Und jetzt können wir unten das Traggelenk in den Querlenker setzen. Der ist jetzt auch wieder drin. Ich werde jetzt unten gleich noch die drei Schrauben drauf drehen. Und dann können wir die auch schon festziehen hier unten. Wenigstens ist das schon mal das Traggelenk. So, Traggelenk habe ich jetzt festgezogen, die drei. Und wie ihr seht, ist die Antriebswelle immer noch lose. Und jetzt bewege ich jetzt gleich den Achtschenkel nach da und stecke einmal die Spurstange wieder ran. Und werde von unten auch die Mutter schon mal draufsetzen. So, Spurstangenkopf ist auch wieder dran. Jetzt drehe ich die Schraube von der Antriebswelle fest. Und zum Schluss muss ich nachher noch mit Drehmoment überprüfen, wenn der Reifen wieder drauf montiert ist. Aber jetzt drehe ich die erstmal so weit fest mit dem Schlagschrauber. Gleiches mache ich jetzt hier mit der Schraube für den Stoßhämpfer. Die wird jetzt auch festgezogen. Und als letztes montiere ich dann die Bremsscheibe. Die Bremsscheibe habe ich auch wieder fest. Jetzt kommt noch der Halter hier. Und da ist ja so eine Nase, wenn ihr das hier seht. Und die Nase muss da unten rein. Das heißt, der muss so quasi so. Und dann muss der da in dem Loch arretieren. Und dann oben mit der Zehner Schraube festmachen. So, der Halter ist wieder positioniert. Und wie gesagt, wichtig ist, da mal auf die Arretierung achten. Und dann als nächstes setzen wir hier oben das Kabel für den ABS-Sensor wieder in den Halter. So, Entschuldigung, habt ihr nicht gesehen. Da oben sitzt es wieder drin. Und da unten kommt er wieder auf den Stecker. Ich weiß gar nicht, Licht hat man hier nicht so viel. Aber da ist der Stecker. Ich muss noch ein bisschen Licht holen hier. Da ist der Stecker. Und da wird er wieder drauf gesteckt. Und da richtig ist, der muss auch arretieren. Also musst du eben so doll drauf drücken, dass es einmal Klick macht. Damit der sich nicht während der Fahrt lösen kann. Der Stecker ist auch wieder drauf. Und als letztes fädeln wir hier noch wieder die Bremsleitung ein für den Bremssattel. Und setzen den Bremssattel wieder an die Position. Die Klemme muss dann wieder rein. Ein bisschen den falschen Hammer genommen. Aber damit geht das auch. Die Klemme sitzt wieder drin. So, jetzt ist der Bremsschlauch fest. Den Sattel habe ich reingesetzt. Jetzt kommen hier hinten die beiden Bolzen wieder rein. Und die Staubkappen drauf. Ja, und dann habe ich erstmal wieder alles soweit montiert. Die beiden Bolzen sind wieder drin. Die Kappen sind wieder drauf. Ja, Rad montieren. Und jetzt ist ganz wichtig, beim Rad nehme ich die Nabe vorher ab. Also die Nabenabdeckung ab. Weil gleich in dem Zustand, wo das Auto nachher wieder auf allen Vieren steht, muss ich noch die Schraube hier fest anziehen. So, alles soweit zusammengebaut. Jetzt habe ich auch noch die Schraube von der Antriebswelle festgezogen. Ihr seht hier selber ein bisschen schwereres Gerät rausgekramt. Und jetzt muss ich gleich nur noch eine Radmutter an Drehmomenten überprüfen. Ja, und dann soll es das gewesen sein. Dann kommt die Probefahrt und dann sollten die Geräusche von dem Radlager vorne und rechts auch weg sein. Ja, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen hoch da. Das ist auch für mich immer so die Belohnung, dass ich alles richtig gemacht habe und dass euch die Videos gefallen. Dadurch wird, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst, auch die Videos anderen Leuten vorgeschlagen. Also meine Bandbreite, hätte ich beinahe gesagt, vergrößert sich. Wir haben mehr Leute, denen meine Videos vorgeschlagen werden. Und genau das gleiche ist auch, wenn ihr Kommentare da lasst. Schreibt einfach irgendwas in die Kommentare, freue ich mich drüber. Egal, ob es positiv, negativ oder nur irgendein Smiley ist. Für jeden Kommentar, der ist gut für den YouTube-Algorithmus. Und der wird dafür sorgen, dass meine Videos fremden Leuten vorgeschlagen werden. Ja, ansonsten, wenn ihr den Kanal neu entdeckt habt, lasst doch ein Abo da. Es sind ungefähr 5% meiner Zuschauer, die ein Abo da gelassen haben. Es wäre schön, wenn sich die Anzahl der Abonnenten mal erhöht. Ansonsten kann ich nicht mehr großartig was dazu sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nie wieder ein Video. Und bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße aus dem schönen, heute extrem heißen Eugenburg. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020